Hallo Hildegard Winkel in Berlin. Grüße von mir aus St. Joseph here in Michigan in den USA. Ich nehme die Gelegenheit mich hier bei dir persönlich zu bedanken für die Hilfe und Unterstützung du dir immer wieder leistest und den Fanclub so gut führst. Dafür danke ich dir ganz besonders und wünsche dir weiterhin Gesundheit und Happiness für das Jahr 2015. Alles alles Gute von mir zu dir über den großen Teich. Karl M. Roy